Moin Leute und willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr anhand meiner Bräune erkennen könnt, bin ich frisch aus dem Urlaub wieder da. Und da habe ich mir überlegt, okay, ich könnte jetzt mal wieder frisch gestärkt ein neues Video für euch drehen. Und während ich im Urlaub war, habe ich ein Päckchen von Saturn bekommen. Und zwar geht es um den Film Birds of a Prey. Und ich habe mir dann gedacht, okay, dieser Film könnte jetzt der letzte Film sein, den du dieses Jahr vorstellen kannst, was so Neuerscheinungen betrifft. Denn, ja, wie wir ja alle wissen, wurden ja die ganzen neuen Filme ja dank Corona verschoben. Und ich glaube, dass dieser Film jetzt so der letzte große Blockbuster ist, der jetzt auf Blu-ray und DVD erschienen ist. Und alle anderen kommen wahrscheinlich erst nächstes Jahr, da die ja jetzt alle verschoben sind, wie gesagt. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was so in nächster Zeit so an neuen Filmen auf DVD und Blu-ray rauskommt. Deswegen habe ich gedacht, okay, so als Abschluss könntest du jetzt nochmal diesen Film hier vorstellen. Und, ja, das mache ich jetzt auf jeden Fall. Ich habe mich hier für das Mediamarkt und Saturn Steelbook entschieden. Und wie das ausschaut, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Viel Spaß! So, und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Steelbook genauer an. Wir haben hier Harley Quinn vorne drauf. Bevor wir uns das Steelbook genauer anschauen, drehen wir das Ganze erstmal um und wir schauen uns mal das Backpaper an. Hier haben wir Harley Quinn vorne drauf und dann haben wir natürlich wieder ein bisschen Inhalt zum Film. Die Specials sind hier aufgeführt und so weiter und so fort. Dann nehme ich die Folie ab und die Folie, ich meine die Pappbanderole, die ist hier mit Klebepupeln befestigt. Und jetzt können wir uns das Steelbook genauer anschauen. Ich finde das Motiv hier richtig, richtig geil. Also das gefällt mir hier wirklich sehr, 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 sehr gut. Finde ich besser als das 4K Steelbook auf jeden Fall. Und, ja, wir haben hier Harley Quinn vorne drauf auf einem Polizeiwagen und in ihrer Hand ihr Lieblings-Sandwich. Und, ja, das Steelbook ist hochglanz, was ich sehr, sehr, sehr cool finde, beziehungsweise so. Der Hintergrund ist matt gehalten, nur sie und das Polizeiauto sind hier hochglänzend drauf gedruckt. Hier haben wir nochmal den Titel drauf, Birds of Prey und Harley Quinn. Ähm, finde ich sehr geil. Auch die Farben stimmen hier wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also mir gefällt, äh, mir gefallen die Farben hier, wie die da miteinander harmonieren, gefällt mir richtig gut. Auch der Druck ist gestochen scharf und, ähm, mega. Also richtig geiles Motiv und, wie gesagt, die Farben und, äh, der Hochglanz-Effekt kommen hier wirklich sehr, sehr, sehr gut rüber. Da haben wir den Spine. Wir haben hier Birds of Prey drauf, äh, The Emancipation of Harley Quinn steht da noch ganz klein drauf. Und, ähm, ja, von hinten sieht das Ganze so aus. Wir haben hier diesen, diese beiden Kreise, die sind hochglänzend. Der Hintergrund, also das, was rosa ist, ist hier matt gehalten. Ähm, gefällt mir auch sehr gut. Und hier unten haben wir dann die Credits wieder. Wir haben die jetzt irgendwie umgestellt, keine Ahnung warum. Und, ja, dann machen wir das Ganze mal auf und wir schauen uns das Ganze von innen an. Wir haben hier ein bisschen Werbung für Wonder Woman, der im Oktober rauskommt. Und das hier ist die Disc. Und, ja, so sieht das Ganze dann von innen drauf. Harley Quinn mit ihrer Hyäne, ihr neues Haustier. Und, ja, auch hier gestochen scharf und, ähm, in Farbe finde ich sehr, sehr gut. Aufgeklappt sieht das Ganze dann so aus. Und ich muss sagen, mir gefällt das Steelbook definitiv. Und, ja, ich liebe es. Ja, der Film kam am 6.02.2020 in den deutschen Kinos und ist seit dem 9.07.2020 überall auf DVD und Blu-Ray erhältlich. Der Film lockte über 488.000 Besucher in die deutschen Kinos und spielte in Deutschland über 5,1 Millionen Euro ein. Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben und geht 109 Minuten. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Specials an. Wir haben hier wirklich viel Bonusmaterial, wie ich hier so sehe. Da hätten wir einmal, ähm, aus der Vogelperspektive, dieser erfrischende Blick auf den Film ist voller cooler Looks, Fun Facts und Easter Eggs à la Harley Quinn. Präsentiert im auf die Birds fokussierten Style. Enthält außerdem verpatzte Szenen, Birds of Prey, Harley Quinn, geniale Partnerinnen, wie die Birds zum Leben erwachten, Zurechnungsfähigkeit ist sowas von out. Alles rund um Fashion, Crazy Nerds, Triff Bruce, die Hyänen, Gothams düstere Seite, die ungeschminkte Wahrheit über Produktionsdesign. Dann haben wir hier, wer ist Black Mask und Roller, Deepri, Harley, was auch immer das ist. Auf jeden Fall haben wir hier nochmal zur Tonspur einen Dolby Atmos True HD in Deutsch. Dann haben wir einen Dolby Digital in Deutsch 5.1. Ähm, dann haben wir hier einen englischen 5.1 Sound. Dann gibt es nochmal einen Dolby Atmos Sound in Englisch. Und dann haben wir hier noch ein paar Untertitel und das war es auch schon. Ja und kurz zur Geschichte, wir sehen hier Harley Quinn diesmal im Alleingang, denn der Joker hat sich von ihr getrennt und sie muss jetzt alleine zurechtkommen. Zunächst macht sie daraus ein großes Geheimnis, keiner darf von der Trennung erfahren, denn durch den Joker hat sie Immunität bekommen. Keiner kann es wagen, sie nur anzusehen oder anzufassen, ohne dass der Joker da irgendwas macht. Doch als es dann herauskam, dass die beiden sich getrennt haben, sind dann auf einmal ganz viele wütende Mafia-Bosse hinter ihr her und wollen ihren Tod. Unter anderem der mächtige Mafia-Boss Black Mask, gespielt von Ian McGregor. Als er sie gefasst hat, macht sie mit ihm einen Deal, denn ihm wurde ein wertvoller Diamant gestohlen und sie verspricht ihm, den Diamanten zu besorgen und im Gegenzug lässt er sie am Leben. Ja und ich habe mich wirklich auf diesen Film gefreut. Als ich gehört habe, dass Harley Quinn ihren eigenen Film bekommt, hat mich das Ganze wirklich interessiert und ich wollte sehen, wie sie hier so im Alleingang sich so macht. Wobei im Alleingang ist nicht so das richtige Wort, denn das ist ein Birds of Prey Film. Das wusste ich vorher selber nicht, dass das irgendwie eine Gruppe von Frauen ist, die sich gegen halt irgendwelche Mafia-Bosse widersetzen. Und ja, aber der Hauptfokus in diesem Film ist nicht Birds of Prey, sondern wirklich Harley Quinn. Die Birds of Prey kriegen wirklich hier einen kleinen Auftritt, was ich dann hinterher schade dann fand, weil ich hätte dann doch mir dann gewünscht, dass man die ganze Gruppe zusammen sieht und wie sie sich gegenseitig unterstützen und helfen und jeder so seinen eigenen Teil bekommt. Aber man merkt schon hier, dass der Hauptfokus wirklich auf Harley Quinn ist und sieht man dann auch hinterher im Titel The Emancipation of Harley Quinn nochmal im Kleingedruckten. Auf jeden Fall, ja, habe ich mich wirklich auf diesen Film gefreut. Der Trailer hat mir wirklich sehr gut gefallen. Man hat vorher erfahren, dass der Film wirklich um einiges brutaler sein wird als Suicide Squad zum Beispiel. Und ja, ich habe mir dann im Kino angeschaut und muss sagen, mir hat der Film ganz gut gefallen. Er war okay, habe mir aber allerdings mehr erhofft. Also der ist wirklich, ja, sehr schräg abgedreht, wirklich brutal. Die Charaktere sind wirklich verrückt, unter anderem Harley Quinn, die ist ja hier nochmal durchgeknallter als in Suicide Squad. Und ja, wirklich abgedreht, durchgeknallt. Soundtrack war ganz cool, hat mir ganz gut gefallen. Das Setting hat mir auch ganz gut gefallen. Nur, ich habe mir jetzt ein bisschen mehr von der Story erhofft, dass da ein bisschen, dass der Film noch ein bisschen düsterer wäre. Das hätte ich jetzt noch besser gefunden. Und man hat auch viele Stellen, wo man denkt, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Da hätte man ein bisschen weniger machen können. Dann wäre es noch ein bisschen, ja, glaubwürdiger gewesen. Aber, ja, ist ja halt eine Comicverfilmung und man muss halt nicht alles so ernst nehmen. Aber nichtsdestotrotz fand ich den wirklich sehr unterhaltsam. Ich hatte meinen Spaß. Nur, ich habe halt ein bisschen mehr erhofft. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mega enttäuscht war. Er war okay. Man kann ihn sich angucken, aber man hätte da noch ein bisschen mehr draus machen können. Und, ja, im Großen und Ganzen war der Film, wie gesagt, okay. Man kann ihn sich angucken, definitiv. Ein typischer DC-Film. Man sieht dem Film das an durch, ja, die, ich will jetzt nicht sagen, kunterbunte Welt. Der ist zwar bunt, aber der hat noch diesen DC-Style auf jeden Fall. Man kann ihn sich, wie gesagt, angucken. Schaut euch den Trailer an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Den Link zu dem Trailer packe ich euch hier in der Infobox. Und, ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon von meinem Video für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so ist, gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt mir eure Meinung zum Film in die Kommentare, wenn ihr ihn gesehen habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Filmeschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.